super schöne riesige vierzimmerwohnung mit duschbar und gäste wc wohnung saniert wohnung mit laminat ausgestattet wohnung am schlottensender super wohnung kann man nicht anders sagen am dorin hotel wir haben aber zwei durchgangs zimmer hier ist das erste durchgangs zimmer als esszimmer würde ich mal sagen zum wohnzimmer und zum schlafzimmer und zur wohnküche kleine seitenstraße liegt ins zimmer ins esszimmer arbeitszimmer fensterseitig sehr sehr helle wohnung große fenster bis zum fußboden wohnzimmer wie gesagt durchgangs zimmer zum schlafzimmer wie gesagt aber zwei durchgangs zimmer schön zweijährige geeignet oder familienzimmer wohnung normal blick fensterseitig ins große wohnzimmer jetzt gehen wir ins kleinere schlafzimmer davon haben wir zwei stück eins zum innenhof und dieses hier zur kleinen seitenstraße hingelegen wie gesagt sanierte vier zimmer wohnung wohnung mit laminat ausgestattet blick fensterseitig super helle wohnung obwohl ganz drübe sind alle saale Eine tolle Wohnung, aber wie gesagt, zwei Durchgangszimmer. Jetzt kommen wir aus dem Schlafzimmer und haben einen schönen Blick ins große Wohnzimmer als Durchgangszimmer, aber mit ebenerdlichen Fenstern, einfach mal Weltklasse aus, coole Wohnung. Jetzt gehen wir sozusagen das Esszimmer durch oder Arbeitszimmer, die kommen in die Wohnküche. Ich sehe gerade, da muss der Anbeker nochmal kommen. Blickfensterseitig in die große Wohnküche mit Fliesenspiegel. Jetzt kommen wir drei Zimmer schon durch. Jetzt gehen wir durch und kommen gleich ins Gäste-WC mit Fenster. Schönes, großes, angenehmes Gäste-WC mit Fenster. Komplett gefließt, sehr hell. Jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Deal. Wir kommen ins zweite große Zimmer zum Innenhof. Also wenn man zum Innenhof schlafen möchte, wenn man ein Pärchen ist, kann man ja hinter dem Wohnzimmer und Arbeitszimmer machen. Dann hat man hier zum Innenhof ein super ruhiges Schlafzimmer. Riesengroß. Ich habe hier gerade super schöne, helle Wohnungen. Vier Zimmer. Mit Laminat ausgestattet. Jetzt fehlt das Wichtigste noch. Bis direkt am Viertel sind wir dann. Das ist ein schönes, großes Duschbad. Mit riesigen Fenstern, Anschluss, Waschmaschinen natürlich auch. Zum Innenhof. Traumhaft schön ruhig. Da kann man nicht meckern bei der Wohnung. Man hat die separate Toilette. Das heißt, der Dusch muss in der Androft Toilette nicht ertragen. Alles schick. Schönes Duschbad. Dann sind wir durch die vier Zimmerwohnung. Saniert. Mit separater Toilette auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Und ich freu mich drauf. Tschüss.